Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play auf meinem Kanal, was heißt einem neuen, eigentlich meinem ersten Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen die Forkshorn 2nd Edition vs. 2.1 von BeFace. Den Downloadlink zu dieser Map werde ich unten in den Infos verlinken. Wie ihr seht habe ich hier zwei Spielstände, die identisch sind. Der obere ist mein persönlicher, der untere wird der Let's Play Spielstand sein. Wir fangen einfach mal an. Was habe ich bisher getan? Nicht viel, außer die Münzen auf der ganzen Karte eingesammelt, die ich gleich in den Brunnen werfen werde. Ja, dann warten wir mal. Wer möchte, darf sich auch gerne den Text durchlesen. Ich werde ihn nicht vorlesen, habe ich keine Lust zu. So, da ist sie auch schon geladen und los geht's. So, das ist sie also, die neue Forkshorn 2.1. Ach ja, es gibt ein paar kleine Veränderungen, die ich gemacht habe, die sich aber nur auf die Textur berufen. Ich habe eine andere Gras-Textur als die originale, eine andere Feld-Boden-Textur als die alte, weil selbst die originale von der Bjornhall-Map hat mir einfach nicht zugesagt. Außerdem finde ich diesen dunkleren Boden, diesen süffigen, feuchten Boden einfach genialer. Lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir mal an. Da sind wir auch schon richtig bei dem Fahrzeug meiner Wahl. So, den schmeißen wir schon mal an. So, Maschine aufklappen. Und ab geht's ja, der Peter. So, den Kollege hier, den fahren wir mal an der Seite. Wir stellen den mal hier an der Seite ab, weil den brauchen wir erst später. So, mir steht so ganz gut. So, du wirst abkoppelt. Zack, Handbremse raus, Karre anlassen. Weil der Deutsch immer bisher in meinem alten privaten Stil die Aufgabe des Seemeisters übernommen hat, wird er auch diese Aufgabe hier übernehmen. So, den Ursus, den werden wir jetzt mal verkaufen, weil den brauchen wir nicht. Für das Geld werden wir uns dann gleich etwas anderes kaufen. Aber was es ist, das werden wir gleich sehen. So, jetzt schmeißen wir mal ab, den brauchen wir nicht. Nichts für meine Innenansicht. Ich fahre das gute Stück mal zum Händler. Schlecht ist, ich habe irgendwie meinen Timer nicht angemacht und weiß gar nicht, wie lange jetzt die Aufnahme läuft. Also, kann die erste Let's Play Aufnahme eine leichte Überlänge haben. Ein Blick auf die Uhr und ich sage mal, ich gebe euch jetzt nochmal 10 Minuten und werde dann zur nächsten Aufnahmesession übergehen. So, stellen wir mal das gute Ding eigentlich ab. Ausgemacht und verkauft. So, der fährt. Der auch. Den Kollege. Machen wir mal wieder an. Übernimmt das Gewicht. So. 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 auch mal herbekommt, er wird der Abfahrer. Wenn ihr mich fragt, warum ich das so tue, denke ich mal, dass jeder Spieler eine gewisse Routine haben wird, wie er seinen Hof abfährt, betankt, belagert, wie auch immer. So, gehen wir hier auch wieder in die Ego-Ansicht. Hängen mal die Hängerchen an. Zack. Und dann wird der Kram mal abgeladen. So. Hier haben wir Saatgut. Und einmal dringend. Und einmal dringend. Ups, fast zu weit gefahren. So. So. Da wir jetzt was Geld haben, kaufen wir was dafür. So. 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 ist das schon sehr hilfreich, wenn man dann zwei Hänger hat am Anfang. Mal gucken, was die Ernstermaschine macht, die müsste nämlich mittlerweile schon fast voll sein. Ja, das ist ja nicht Timing. Wo ist denn der Kollege? Genau, den können wir auch schon mal runter regeln, da er ja standardmäßig als Abholfahrzeug unterwegs sein wird. Stellen wir schon mal die sagenumwogene 10 kmh Sache ein. Oh, das war ein bisschen zu wenig. Und dann tanken wir den mal ab. Töne Plan Töne Plan Untertitelung des ZDF, 2020 Eigentlich wollte ich noch die Mützen in den Brunnen werfen, aber ob ich das in dieser Folge noch schaffe, ich glaube nicht. Nehmen wir nochmal ein Rest mit bis zum Ende des Feldes und schauen dann mal weiter. So, dann bereiten wir noch den Abfahrer vor. Dafür machen wir unser Crossplay auf, abtanken und abfahren und beginnen die Kursaufzeichnung. So, der Kollege fährt und schlägt ihn vor. So, wir fährt bis hier. Dann macht er eine Drehung. So, wir fährt Richtung 0. Beim Einfall mit Crossplay solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht... So, ja, da muss ich auch noch darauf achten, dass ich nicht den 7. Master befülle. Solltet ihr darauf achten, dass ihr die Kurven nicht zu eng fahrt. Sonst könnte es passieren, dass euer Abfahrer an Wände, Bäume etc. hängen bleibt. So, dann fahren wir einmal hier rüber. Da wir schon mal gerade dabei sind, laden wir hier nochmal ab. Auf dem Rückweg führe ich ihn noch bei den Kartoffel, Rüben und Hackschnitzel vorbei. So kann er auch diese Produkte abliefern, wenn er hier vorbeifährt. So, und schon geht wieder zurück zur Startposition des Abfahrers. So, hier stoppen wir die ganze Geschichte mal. Geben der Sache auch einen Namen. Feld 30 Schrägstrich 31 Abholung Silo Schrägstrich Lager Ja, er passt nicht mehr. So, dann speichern wir das. Warum ich jetzt gerade gesagt habe, Feld 30 und 31, hier in dieser Position, kann er von Beide Felder abernten mit einem und dem gleichen Kurs. So, dann weise ich hier noch den Drescher zu. Könnt ihr auch automatisch lassen, aber ich finde es so praktischer. So, dann fahren wir nochmal ein Stückchen zurück. Und sagen, Abfahrer einstellen. Na super, hat ja super funktioniert. Ja, Alter, du sollst hier stehen bleiben und nicht hier rumfahren. So, wir machen das nochmal anders. Ich fahre nochmal ein Stückchen zurück. Dann hatte ich irgendwie Probleme mit der Aufnahme des Startpunkts. Wahrscheinlich stand ich schon zu nah dran. Ja, war ich auch. So, jetzt nochmal Abfahrer einstellen. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Ja, da tankt er schön ordentlich ab. Er geht jetzt in Position. Und wartet darauf, dass sie die nächste Abwohnung machen kann. Falls ihr darauf warten solltet, wann die nächste Folge beginnt, die nehme ich jetzt gleich im Anschluss auf. Bis demnächst und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. geht's. Tschüss. Vielen Dank.